Hallo zusammen, heute geht es um ein Thema, was in schöner Regelmäßigkeit immer wieder nachgefragt wird, nämlich darum, eine Wechselschaltung smart zu machen, konkret gesagt mit Shelleys smart zu machen. Ich zeige euch erstmal eine normale Wechselschaltung und wo dort der Shelly eingebaut wird und, was am wichtigsten ist, wie ihr dabei entstehende Probleme lösen könnt. Die Probleme sind in der Regel die, dass ihr dort, wo der Shelly hinkommt, keinen Außenleiter oder keinen Neutralleiter habt oder beides nicht, um den Shelly betreiben zu können und was ihr dagegen machen könnt. Bevor es losgeht, ein paar Punkte. Erstens, ich bin kein Elektriker, ich habe aber zur Sicherheit meinen Elektriker drüber schauen lassen, bevor ich das Video veröffentlicht habe, damit ich da nichts Gefährliches erzähle. Zweitens, was ich euch zeige, ist ein reiner Testaufbau, der nur die Funktion erläutern soll. Also bitte schreibt mir nicht, die Installation wäre nicht fachgerecht nach VDE DIN 0815, das ist mir schon selber bewusst. Drittens, lasst die Arbeiten an eurer eigenen Elektroinstallation bitte von einem Fachmann durchführen, der dazu berechtigt ist, wobei ich mir in diesem Fall sicher bin, dass auch ein Fachmann, der noch nicht mit Shellys gearbeitet hat, mit dieser Lösung was anfangen kann. Und viertens, es gibt ein paar Grundlagen für Arbeiten an der Elektroanlage, genauer gesagt fünf, die zu beachten sind, die sage ich euch aber nicht, weil die euer Elektriker sowieso von selbst weiß. Okay, ich verlinke sie euch in der Beschreibung, nur zur Info. Das hier ist eine konventionelle Wechselschaltung, und zwar eine, wie sie im aktuellen Wohnungsbau meistens vorkommt, also ohne Verteilerdosen. Mit Verteilerdosen ist die Shelly-Integration in der Regel einfacher, weil ihr dort alle benötigten Anschlüsse an einem Ort habt, außer die Verteilerdose ist so voll, dass ihr dort keinen Shelly mehr reinbekommt, dann müsst ihr es so machen, wie hier gezeigt. Der Aufbau der klassischen Wechselschaltung ist wie folgt, ein Außenleiter, also eine Phase, kommt vom Verteilerkasten und geht in einen Wechselschalter. Ein Wechselschalter ist übrigens so hier gekennzeichnet, das heißt, ihr habt einen Eingang L für Leiter und zwei wechselseitig geschaltete Ausgänge. Das heißt, der Leiter geht jetzt hier in den einzelnen Eingang L rein, zum Beispiel bei meinen Gira-Schaltern ist das hier sogar rot gekennzeichnet. Ich habe übrigens die Schalter auseinandergebaut. Das sieht zwar nicht so schön aus wie in manchen anderen Videos, aber damit könnt ihr hier genau sehen, in welchen Anschluss die Leitungen reingehen. Aus den zwei Ausgängen des Schalters 1 gehen zwei Leitungen in die zwei Schalteingänge des Schalters 2. Das sind die sogenannten korrespondierenden Leitungen. Aus dem Anschluss L des zweiten Schalters führt ein Draht zur Lampe. Der Neutralleiter und der Schutzleiter führen ebenfalls direkt vom Verteilerkasten zur Lampe. Das bewirkt jetzt, egal an welchem Schalter ich schalte, dass die Lampe ein- oder wieder ausgeht, oder wieder ein- oder wieder aus, also immer der gegenteilige Zustand hergestellt wird. Soweit erstmal der Ist-Zustand. Wo bauen wir jetzt unseren Shelly ein, um die Schaltung smart zu machen und welchen nehmen wir dafür? Da gibt es einen ganz einfachen Grundsatz, den ihr euch merken könnt, der eigentlich für jeden Shelly gilt, der mit einem Schalter oder einem Taster gesteuert wird. Nämlich die Reihenfolge ist immer, Schalter schaltet Shelly und Shelly schaltet Verbraucher. Wenn wir das berücksichtigen, dann können wir schon logisch selbst herleiten, wohin der Shelly kommt. Nämlich hinter den Schalter und vor den Verbraucher, also genau hier hin. Das heißt, hinter die Dose von diesem Schalter hier. Dafür nimmt man in der Regel einen Shelly 1 oder einen Shelly 1 PM. Das ist jetzt hier ein 1 PM. Den nehme ich meistens, obwohl der etwa 4 Euro teurer ist. Erstens, weil der auch Strom messen kann. Und zweitens, dadurch, dass er nicht potenzialfrei ist, spare ich mir eine Klemme und somit etwas wertvollen Platz in der Unterputzdose. Fertig angeschlossen sieht das Ganze dann so aus. Was hat sich geändert? Die Leitung, die aus der Klemme L vom Schalter 2 kommt, geht jetzt nicht mehr direkt zur Lampe, sondern geht in den SW, also in den Schaltereingang vom Shelly. Und vom Shelly aus dem Output, also Anschluss O, geht das Kabel weiter zur Lampe. Also genau wie wir es uns gemerkt haben, der Schalter schaltet den Shelly, der Shelly schaltet den Verbraucher. Ganz logisch. Zusätzlich braucht unser Shelly natürlich auch selbst noch Strom, um arbeiten zu können. Den, also den Leiter und den Neutralleiter, habe ich mir von der Steckdose hier geholt, die unter dem Schalter liegt, in meinem Fall jetzt hier daneben, aber normalerweise ist sie ja unten drunter eingebaut. Und wichtig, an der gleichen Sicherung hängt. In der App müssen wir jetzt nur noch den Schaltflächentyp des Shellys auf Edge einstellen. Und dann probieren wir es einfach mal aus. Wie ihr seht, funktioniert wunderbar. Ich kann von jedem Schalter ausschalten, von der App, Alexa, Google Home und so weiter. Und in der App wird auch immer der richtige Schaltzustand angezeigt. Also alles prima, oder? Okay, ihr habt sicher schon gemerkt, ich habe mich hier eines kleinen Tricks bedient. Bei mir ist nämlich ganz zufällig, genau unter dem Schalter, wo der Shelly verbaut werden muss, also hier, eine Steckdose angebracht, beziehungsweise hier ist sie jetzt daneben auf dem Brett. Und von dieser Steckdose kann ich den Strom, den der Shelly benötigt, dann auch nehmen. Das geht aber nur, wenn die Steckdose genau hier und genau an diesem Schalter sitzt. Wenn sie jetzt nicht vorhanden ist oder hier drüben sitzt an dem anderen Schalter, dann nützt euch das nichts. Wenn das bei euch also genauso ist wie bei mir, dass ihr also an dem Schalter, wo ihr den Shelly verbaut, eine Steckdose zur Verfügung habt, dann könnt ihr das auch genauso machen. Ist kein Problem, funktioniert wunderbar. Leider ist das oft nicht so. Oft ist es so, dass da, wo wir Wechselschaltungen haben, eben keine Steckdosen installiert sind. Bestes Beispiel sind Flure, wo wir fast immer Wechselschaltungen installiert haben oder zum Beispiel auch Schlafzimmer. Bei Schlafzimmern ist es meistens so, dass wir einen Schalter am Eingang haben und einen Schalter am Bett. Und am Bett sind auch Steckdosen, zum Beispiel für die Nachtischlampen. Die Steckdosen sind aber in 30 Zentimeter Höhe, der Schalter auf einen Meter. Wenn ihr jetzt einen guten Elektriker habt, so wie ich, dann hat er das Kabel gleich mit hochgezogen und die beiden Sachen sind verbunden. Das ist aber längst nicht immer der Fall. Es kann auch sein, dass der Anschluss der Steckdosen von unten kommt und der für den Schalter von oben und ihr habt keine Verbindung. Lange Rede, kurzer Sinn. Auch dafür gibt es jetzt eine Lösung und zwar mit diesem Gerät hier. Das ist der Shelly 1L. Den kennt ihr vielleicht schon, das ist ein Shelly, der im Betrieb ohne Neutralleiter auskommt. Das ist erstmal toll, das löst aber nur die Hälfte unseres Problems, weil wir ja nicht nur einen Neutralleiter benötigen zum Betrieb des Shellys, sondern auch einen Außenleiter. Den benötigt auch der Shelly 1L. Da kommt aber jetzt eine weitere Besonderheit des Shelly 1L zum Tragen. Der kann nämlich, wenn er entsprechend angeschlossen und konfiguriert ist, quasi selbst als Wechselschalter fungieren. Und wir kommen so mit den vorhandenen zwei Kabeln aus. Klingt erstmal komisch. Dann blende ich euch jetzt erstmal den Schaltplan ein. Ich verlinke euch das natürlich auch, wo ihr die normale Wechselschaltung, also komplett ohne Shelly und im Vergleich die Wechselschaltung mit dem Shelly 1L sehen könnt. Also hier oben sehen wir erstmal die alte Installation ohne jeglichen Shelly und hier unten sehen wir die neue Installation mit dem Shelly 1L. Was sofort auffällt, ist, dass der Außenleiter jetzt nicht mehr an den Eingang L vom ersten Schalter geht, sondern der geht an den Eingang L vom Shelly. Das bedeutet gleichzeitig auch, dass der Shelly jetzt nicht mehr hinter dem Schalter 2 verbaut wird, sondern hinter dem Schalter 1, weil dort liegt ja der Strom, also sprich die Dauerphase an. Der Output O vom Shelly führt quasi direkt zur Lampe, hier blau gekennzeichnet, und ist gleichzeitig mit einem Eingang vom Schalter 2 und Schalter 1 verbunden. Dafür können wir eines der korrespondierenden Kabel nehmen. Die Schalteingänge SW1 und SW2 vom Shelly sind jeweils mit einem Schalter verbunden. Dafür nehmen wir das korrespondierende Kabel 2, sodass wir mit der Verkabelung auskommen, die wir haben, also mit den zwei Kabeln. Gleichzeitig können wir sehen, dass die Ausgänge 2 von den jeweiligen Schaltern nicht mehr belegt sind. Das heißt, wir würden hier sogar mit normalen Ausschaltern auskommen, eben aus dem Grund, weil die Funktion des Wechselschalters jetzt hier der Shelly übernimmt. Und so sieht das Ganze dann live und in Farbe aus. Ihr seht, die Steckdose ist weg, die Anzahl der Kabelverbindungen zwischen den zwei Schaltern hat sich nicht erhöht. Es sind nach wie vor die zwei, die in unserer konventionellen Wechselschalterung auch vorhanden waren. Wir brauchen auch keine anderen Schalter oder Taster, es ist alles das Gleiche. Nur, der Shelly sitzt jetzt nicht mehr hinter dem Schalter 2, sondern hinter dem Schalter 1, weil wir dort ja den Leiter auch anliegen haben. Sogar die Einstellungen gegenüber dem Shelly 1 oder 1PM ändern sich nicht wesentlich. Wir verwenden auch hier den Schaltflächentyp Edge, allerdings für beide Schalteingänge, weil der Shelly 1L hat ja zwei davon. Vergleichen wir es nochmal mit dem Schaltplan. Der Außenleiter von der Verteilung geht direkt zum Shelly in den Eingang L. Aus dem Output des Shelly geht eine Leitung zum Schalter 1. Von dort über die interne Brücke zum Schalter 2 wird dort weitergebrückt auf die Lampe. Und die Schaltereingänge SW1 und SW2 gehen jeweils zu einem Schalter. Also alles wie es sein soll. Okay, seid ihr gespannt, ob es klappt? An, aus, an, aus. Auch hier wird natürlich, wie ihr gesehen habt, in der App wieder der korrekte Zustand angezeigt. Und ich kann von dort auch schalten. Also alles wunderbar. Es gibt, wie immer, natürlich auch einen kleinen Wermutstropfen, ist kein großes Problem. Ich möchte aber darauf hinweisen, die Lampe, die ich hier schalte, das ist eine gute alte 60 Watt Glühbirne. Was passiert aber, wenn ich statt dieser hier ein modernes Leuchtmittel, also sagen wir mal eine 10 Watt LED Leuchte, hier reinschraube? Wie ihr seht, die flackert. Warum ist das so? Das liegt daran, weil der Shelly 1L eine Mindestlast von 20 Watt braucht, wenn ihr ihn ohne Neutralleiter betreiben wollt. Wohlgemerkt, die 20 Watt gelten für alle Leuchtmittel gemeinsam, die hier am Shelly angeschlossen sind. Also wenn ich zwei von diesen Lampen hier eingeschlossen hätte, dann würde das Problem gar nicht bestehen. Trotzdem, wenn ihr eine Lampe habt, die weniger als 20 Watt hat, dann könnt ihr euch helfen. Und zwar mit diesem kleinen Teil hier. Das ist der sogenannte Shelly Bypass. Der kostet knapp 3 Euro und wird parallel zum Leuchtmittel eingeschlossen, also auf Deutsch gesagt, an die Lampe geklemmt. Das Ganze sieht dann in etwa so aus, wobei ihr den Bypass natürlich hinter der Lampenfassung verstecken würdet. Angeschlossen wird der, wie gesagt, zwischen Leiter und Neutralleiter an der Lampe. Machen wir mal einen kurzen Test. Lampe an, flackert nicht mehr, Lampe aus, alles toll. Zum Schluss noch drei Sachen zum Shelly 1L. Erstens Installation. Wenn ihr den installiert, bitte baut ihn noch nicht ein, sondern installiert ihn vor dem Einbau in die App und ins Netzwerk mit angeschlossenem Neutralleiter. Also Leiter und Neutralleiter anschließend in die App einbinden und anschließend erst hier ohne Neutralleiter einbauen. Zweitens, der Shelly 1L kann normalerweise auch Strom messen. Ohne Neutralleiter steht das aber nicht zur Verfügung. Und das dritte ist, der Shelly 1L kann bis maximal 1000 Watt schalten. Das müsst ihr wissen, weil der normale 1 oder 1 BM kann ja bis 3500 Watt. Aber auch die 1000 Watt sollten natürlich für eine normale Lichtinstallation zu Hause absolut ausreichend sein. Fazit zu der Geschichte, wenn ihr die Möglichkeit habt, einen normalen Shelly 1 oder einen Shelly 1 BM zu verbauen, dann macht das auch. Wenn ihr die Möglichkeit nicht habt, dann denkt bitte mal über die eben gezeigte Lösung nach, ehe ihr anfangt, eure Wände aufzustemmen und Kabel nachzuziehen. Und ja, es ist so, wenn der Shelly kaputt ist, ich meine hardwaremäßig kaputt, dann sitzt ihr im Dunkeln. Das ist aber bei jeder Methode und bei jedem Shelly so, denn wir erinnern uns ja, Schalter schaltet Shelly und Shelly schaltet Verbraucher. Und wenn ihr Shelly kaputt ist, dann ist einfach niemand mehr da, der den Verbraucher anschalten kann. Es gibt natürlich nicht nur die beiden Lösungen, die ich euch eben gezeigt habe. Je nachdem, ob ihr eine Wechselschaltung habt oder eine Kreuzschaltung mit mehr als zwei Tastern oder eine Tasterschaltung, ob ihr eine Verteilerdose habt oder ob eure Kabel direkt von Unterputzdose zu Unterputzdose gehen. Da gibt es ganz viele verschiedene Varianten und noch mehr Lösungsansätze, die natürlich den zeitlichen Rahmen eines solchen Videos sprengen, wenn man die alle zeigen würde. Kleiner Tipp von mir, wenn euch das interessiert, dann geht bitte mal ins Shelly-Forum, verlinke ich euch unten. Dort gibt es ein Lexikon und da werden alle Varianten gezeigt, erklärt inklusive den Schaltplänen. Ansonsten, ich hoffe es hat euch was gebracht. Viel Erfolg, bitte vergesst das Abo nicht und bis zum nächsten Video.